Hallo, hallo, mein Name ist Nikola. Ich habe eine Petition für den Botschafter Takeshi Nakane für euch. Würdet ihr alle einen Brief an den Botschafter schreiben und ihn bitten, Shuchu und allen Delfinen zu helfen. Die Informationen sind unter dem Video in Form eines Briefes an ihn, den ihr so abschicken könnt, aber ihr könnt es auch nochmal in den eigenen Worten schreiben. Danke euch allen. Tschüss.